Und ich bringe euch heute das Alphabet bei. Iglu, J steht für Jacke, K steht für Kanne, L steht für Löwe, M steht für Mond, N steht für Neun, O steht für Orange, P steht für Pflaume, Q steht für Quelle, R steht für Rakete. S steht für Stern, T steht für Tomate, U steht für Uhu, V steht für Vase, W steht für Wassermelone, X steht für Xylophon, Y steht für Yacht, Z steht für Zebra. Lasst uns etwas über Früchte lernen. Erdbeere Lasst uns was über Transport lernen. Flugzeug Lieferwagen Fahrrad Krankenwagen Auto Rakete Schiff Feuerwehrauto Taxi Taxi Lasst uns was über Gemüse lernen. Gurke Brokkoli Kartoffel Aubergine Paprika Karotte Tomate Hallo Kinder, ich bin Ben und ich werde euch heute die Zahlen beibringen. Wow, seht mal, all die Süßigkeiten. Yummy! Oh, schaut, da ist Nummer eins. Hallo Nummer eins. Hi Ben. Ich habe den Kindern gerade alles über dich beigebracht. Also Leute, ich bin die Nummer eins, ich bin die erste Zahl, die Zahlen lernst du niemals ohne mich. Ist die Nummer eins nicht eine leckere Zahl? Mal sehen, ob die anderen Zahlen ebenso viel Spaß machen. Schau mal, da ist Nummer zwei. Ich bin die Nummer zwei, eine Prinzzahl bin ich. Egal wo du hinschaust, wir sind immer zu zweit. Du bist die Nummer zwei, wir zählen eins und zwei. Eine hier, eine dort. Du bist die Nummer zwei, ich bin die Nummer zwei. Wow, lasst mich auch mitmachen. Ich bin die Nummer drei, zähl mich an deinen Fingern ab. Eins, zwei, drei, ich bin die Nummer drei. Ich bin die Nummer drei, zähl mich an deinen Fingern ab. Eins, zwei, drei, ich bin die Nummer drei. Ich bin die Nummer vier, zwei plus zwei ist vier. Du bekommst vier Lollipops und noch viel mehr. Ich bin die Nummer vier, zwei plus zwei ist vier. Du bekommst vier Lollipops und noch viel mehr. Eine kleine Zuckerstange kam vorbei, sie traf einen Freund und da waren es zwei. Zwei kleine Zuckerstangen hatten heute frei, da kam noch eine mehr dazu, da waren es drei. Drei kleine Zuckerstangen waren alle hier, fanden eine weitere, da waren es vier. Vier kleine Zuckerstangen gingen ohne Strümpf, da kam ihr kleiner Bruder und da waren es fünf. Fünf kleine Zuckerstangen sprangen in die Luft, schau mal, da ist unser Freund Nummer fünf. Hallo Kinder, ich bin Nummer fünf. Schau mal, die Heißluftballons, wow! Hallo Sechs und Sieben, was macht ihr so? Hi Ben, wir zählen diese Lollipops, wollt ihr uns helfen? Ja, los Kinder, wir helfen Sechs und Sieben. Ein Lollipop, zwei Lollipops, drei Lollipops und vier Lollipops, fünf Lollipops, sechs Lollipops warten alle auf uns. Hat das nicht Spaß gemacht? Lasst uns die letzten drei Zahlen suchen, acht, neun und zehn. Ich bin die Nummer acht, bin wie die Sonne, so rund, bin fett wie ein Kürbis, nicht zu zählen, macht Spaß. Ich bin die Nummer acht, bin wie die Sonne, so rund, bin fett wie ein Kürbis, nicht zu zählen, macht Spaß. Ich bin die Nummer neun, versuch mal mich zu buchstabieren. N-E-U-N, das bedeutet neun. Du hast zehn Finger, die machen, was du willst, willst du es gerne sehen, dann mach mal ne Faust, lass sie springen in die Höhe, lass sie öffnen weit. Springen nach unten oder zählen bis zehn. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun und dann kommt zehn. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun und zehn. Ich hoffe, das Lernen der Zahlen hat euch Spaß gemacht. Wir sehen uns bald in meinem nächsten Abenteuer. Hallo, ich bin Bob, die Bahn. Ich fahre auf Schienen. Passagiere können in mir drinnen sitzen und zu fernen Orten reisen. Ich bringe auch Waren von einem Ort zum anderen. Los, lasst uns die anderen Transportarten anschauen. Schau, da ist ein Auto. Hallo, Bob. Ich mache ein Picknick. Bis bald, Bob. Seht, Kinder, das ist ein Polizeiauto. Was machen Sie, Herr Polizeiauto? In mir sitzen Polizisten, um Diebe zu fangen. Verbrechen zu bekämpfen ist eine mutige Arbeit. Wo fährst du denn so eilig hin, Feuerwehrauto? Dort sind Leute vom Feuer eingeschlossen. Wir wollen sie zusammen mit den Feuerwehrleuten retten. Sieh mal, dort kommt ein Rettungswagen. Ich fahre kranke und verletzte Menschen ins Krankenhaus. Was machst du, Müllauto? Ich sammle den Müll ein. Schau, da sind Gabelstapler und Bagger. Hallo, Jungs. Wie geht es euch? Hallo, Bob. Ich helfe Gabelstapler, das Hindernis zu räumen. Hallo, Bob. Ich helfe beim Be- und Entladen. Gute Arbeit, Jungs. Schau mal, der Hubschrauber fliegt davon. Wiedersehen, Bob. Hallo, Abschleppwagen. Was machst du so? Ich schleppe kaputte und behinderte Autos ab. Ich hoffe, es hat euch Kindern gefallen, etwas über die verschiedenen Transportarten zu lernen. Die Räder am Bus Hallo, Kinder. Wollt ihr mit Bob der Bahn die Räder am Bus singen? Die Räder am Bus gehen rundherum, rundherum, rundherum. Die Räder am Bus gehen rundherum durch die ganze Stadt. Die Räder am Bus machen Wisch, 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 Wisch. Die Räder am Bus machen Wisch, Wisch, Wisch durch die ganze Stadt. Die Hupe am Bus macht Tut-Tut-Tut-Tut-Tut-Tut-Tut-Tut-Tut-Tut-Tut. Die Hupe am Bus macht Tut-Tut-Tut durch die ganze Stadt. Die Fenster am Bus gehen auf und zu, auf und zu, auf und zu. Die Fenster am Bus gehen auf und zu durch die ganze Stadt. Die Räder am Bus gehen rundherum, rundherum, rundherum. Die Räder am Bus gehen rundherum durch die ganze Stadt. Hat euch die Räder am Bus Spaß gemacht? Kommt bald mal wieder, dann gibt es noch mehr! Hey, bevor die Uhr bei die Straße gehst, die mussten beide Richtung gehen, genau hinsehen. Schau nach links, schau nach rechts und warte auf grünes Licht. Ja! Rot ist Stopp, Geld langsam, grün heißt GGGG. 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 Sollst du jemanden sehen? Sollst du jemanden sehen, der Hilfe über die Straße braucht? Führe? Führe sie über die Straße, es ist sehr freundlich. Richtig! Rot ist Stopp, Geld langsam, grün heißt GGGG. Rot ist Stopp, Geld langsam, grün heißt GGGG. Rot ist Stopp, Geld stolk. Bis zum nächsten Mal.